Wie würdest du reagieren, wenn du plötzlich in einer seltsamen Fantasie-Welt landest? Das Menschenmädchen Luz reagiert so. Ja, 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 ja! Denn sie hat einen Traum. Ich will eine Hexe werden. Wer bist du noch gleich? Dank einer coolen Hexenmeisterin. Ich bin Ida, die Eulen-Lady. Und dem Dämonenkönig King. Beginnt eine spannende Zeit als Hexen-Lehrling. Die unheimlich lustige neue Serie. Ich werde dich nicht enttäuschen, Ida. Willkommen im Haus der Eulen. Ab Montag, 15.10 Uhr im Disney Channel.